hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde conquest auf koma die punkte net und heute habe ich auch noch einen also ein kleines thema anzusprechen ich bin das sort und wir gehen mal in die basis ich hoffe ich habe ein gutes team ich habe keine ahnung ob mein team gut ist oder nicht hier in conquest weil ich versuche auf jeden fall hier was zu reißen nein scheiße dann gehe ich mal hier hin laufe ich hier durch dann komme ich auch wieder da nach hinten zu diesem mittelteil und dann sieht es ja nicht allzu schlecht aus das haben wir jetzt auch perfekt dann da mal eine granate hinschmeißen und hier zwischendurch gehen zum thema komme ich nachher noch ach das haben wir auch schon europa la sorry das wisst ich nicht hätte man sich eigentlich auch denken können so klein bis bisschen was auch immer das für ein item war ich bin nicht so ein conquest spiel ich weiß es nicht aber egal na was gibt das denn hier oh scheiße gehen wir wieder hier hin machen wir die gleiche route nochmals in die mitte das thema was ich heute gerne ansprechen würde ist das thema live stream ich würde gerne mal wieder alter die hits von die konnte jetzt sind schon krass das waren es ist ja genau das ist perfekt weil dafür kriegt man auch punkte so dass haben wir auch mal dann danach hinten werfen mal eine granate müssen eigentlich gar nicht mal so krass durch hier verteidigen ich gehe mal ne zu dem da ist auch da drüben die haben jetzt hier vorne einen erobert das möchte ich allerdings nicht dass der hier zwischendurch der wird aber von uns bereits wieder erobert das heißt wir kontern lieber hier mal in der mitze oder gehen sogar auf deren flagge hier hinten schade ich würde aber von dem anderen noch getötet leuchtturm verlieren wir fast das heißt wir müssen wieder in die mitte jetzt natürlich ganz wichtig dass wir hier nicht verlieren boah da granate rein ja zu dritt auf ein super kann ich voll viel machen team bitte helfen ein bisschen mit sonst haben wir keine chancen mehr so zum thema live stream ich möchte gerne wieder einen live stream machen das ist am sonntag dem zweiten juli 2017 um 16 uhr wenn man es schon ein bisschen kennt spielen werden wir minecraft allerdings kann ich noch nicht genau sagen was wir spielen werden sicher ein bisschen auf goma bisschen auf timolia das ein oder andere könnt ihr mitspielen aber viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen möchte ich auch nicht alter gehen wir tausend leute auf einem drauf echt habe ich ja jetzt kann ich eh nichts mehr machen weil das sind zu viele wasserfall ist nur noch das heißt wir sollten vielleicht gucken dass wir erstens den in der mitte halten können und zweitens vielleicht den wasserfall noch einnehmen könnten das wäre natürlich super weil dann hätten die keine chance und dann müssen wir jetzt theoretisch wasserfall einnehmen weil wenn das der fall ist haben die ein problem das war gerade sehr gut erhält aber mega viel aus ist auch krass wahrscheinlich oh nein halt stopp das wird hier nix nee nee oh scheiße granate ähm ja wie gesagt was wir ganz genau spielen ist noch nicht äh klar aber sicher ein bisschen auf goma timolia vielleicht auch vom goma projekt ähm ein bisschen was wer weiß da vielleicht nicht reinlaufen das wäre auch noch gut ja kann ich wieder mal nix machen weil wieder tausend auf mich drauf gehen ähm scheiße den verlieren wir auch fast auch nicht gut das heißt da sollen wir jetzt auch dringend gucken dass wir da was schaffen aber die haben teilweise halt so mega krasse äh kit upgrades das ist halt dann auch scheiße für uns weil ich das eben nicht hab die leute deswegen hier voll krass drauf sind teilweise boah ich werde zum glück die ganze zeit geheilt jetzt gehen schon wieder drei die leute auf mich was das denn teammate hilf mir doch na also geht doch so ähm aber momentan haben wir das doppelte an tickets das ist ja schon mal ganz nice die gehen irgendwie immer zu dritt auf einen drauf also so drei versus eins ist bei denen so standard steil was die da machen eineinhalb hatte der oh das ist krass den müssen wir verteidigen haben wir aber geschafft perfekt und damit sollte eigentlich unserem sieg auch gar nichts mehr im weg stehen hoffe ich mal perfekt das wollte ich eigentlich nicht und das ist jetzt auch unser und damit haben die jetzt noch größere Probleme ach ne den Wasserfall haben sie eingenommen und Warnstapel 1 sind sie auch im einnehmen das ist der da hinten da wird aber schon ordentlich gekämpft und den haben wir jetzt auch wieder das heißt die haben jetzt nur noch Wasserfall nein Berg haben sie jetzt geholt äh keine ahnung wo der ist muss ich ganz ehrlich sagen ist jetzt auch nicht so wichtig für mich Granata gut getroffen aber da können jetzt die blauen auch nichts mehr machen ja da laufe ich sicher rein ist klar und das war ein Assist oh hier sie versuchen es nochmals nee nee so nicht ich hab keine Healpots mehr aber na schade Leuchtturm versuchen sie jetzt wieder einzunehmen aber da können sie eh nichts mehr machen also 9 gegen 78 das wär ein Weltwunder wenn sie das gewinnen ja alles voller Minen oh puh Leuchtturm kann ich eh nicht gehen müssen wir halt hier hin so wie ein bisschen immer ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn so viele Leute wie möglich beim Streamen dabei wären Alter was ist denn hier los das ist krass 65 zu 3 ähm wie gesagt Sonntag den 2. Juli 2017 um 16 Uhr auf YouTube zu wie immer würde mich auf jeden Fall freuen wenn ihr dabei wärt und man kann vielleicht auch vor dem Stream oder nach dem Stream noch mit mir auf dem TS reden und spielen wer weiß ähm ich hoffe euch hat diese Runde Conquest mal wieder gefallen war mal wieder was anderes ähm ich bin Ranking 8 okay das war nicht so mega gut von mir aber wir haben äh trotzdem gewonnen ähm 375 Punkte 13 Kills 5 Assists 12 Devs und Flanken 4 äh ja war jetzt nicht so krass aber gewonnen ist gewonnen würde ich doch mal sagen ich hoffe euch hat die Runde gefallen dann äh ja hoffe ich natürlich dass ihr beim Stream dabei seid und auch im nächsten Video wieder da seid bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit bis zum nächsten Mal und Tschüss